Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung, fliegt mein Vater zu sagen. Sincenta sagt, es gibt keine gefährlichen Pestizide, es gibt nur falsche Schutzausrüstung. Tatsächlich ist jedes dritte Pestizid hochgefährlich für den Mensch oder die Umwelt und steht darum auf der international anerkannten schwarzen Liste des Pesticide Action Network. Damit gehören 310 von 1000 Wirkstoffen, die aktuell auf dem Markt sind, zu den hochgefährlichen Pestiziden. Diese Pestizide sind zum Beispiel nachweislich akut extrem giftig, lebensgefährlich beim Einatmen, krebserregend, erbgutverändernd oder schädlich für die Fortpflanzung und das Hormonsystem. Gegen solche hochgefährlichen Pestizide gibt es keinen richtigen Schutzausrüstung und keine sichere Anwendung. Umso gravierender ist es, dass rund 60% des weltweit ausgebrachten Pestizidvolumens hochgefährliche Pestizide sind. Das sind 2 Millionen Tonnen oder 800 olympische Schwimmbecken reines Gift, das pro Jahr auf den Feldern versprüht wird. Viele dieser Pestizide sind in der EU und der Schweiz notabene verboten. Public Eye wollte wissen, wer verkauft diese besonders giftigen Pestizide und wo werden diese eingesetzt? Auf der Basis von exklusiven Industriedaten haben wir herausgefunden, 2017 hat kein Konzern mehr Geld verdient mit hochgefährlichen Pestiziden als der Basler Multi-Sengenta, schätzungsweise 3,9 Milliarden US-Dollar. Das sind mehr als 40% des Umsatzes, die der Konzern mit dem Pestizidverkauf insgesamt generierte. Die Hälfte der Pestizide, die Syngenta als ihre Bestseller präsentiert, sind hochgefährlich. Aber der Basler Multi verspricht uns doch erstklassige Forschung und innovative Lösungen. In Wahrheit aber macht Syngenta seinen Umsatz grösstenteils mit einigen wenigen hochgefährlichen Kassenschlagen. Glyphosat, Atrazin und Paraquat sind seit Jahrzehnten auf dem Markt, obwohl ihre gesundheits- und umweltschädigende Wirkung längst bekannt ist. Syngenta macht also weltweit ein Riesengeschäft mit hochgefährlichen Pestiziden. Weltweit? Nein, nicht wirklich. Unsere Analyse zeigt, dass der Konzern rund zwei Drittel seines Umsatzes mit hochgefährlichen Pestiziden in Entwicklungs- und Schwellenländern macht. Dort dürfen zahlreiche Pestizide nach wie vor verkauft werden, die in der Schweiz und der EU längst nicht mehr zugelassen sind. Allein in Brasilien verkaufte Syngenta 2017 hochgefährliche Pestizide im Wert von knapp einer Milliarde Dollar. Unsere Recherchen zeigen, statt ihre Nachhaltigkeitsversprechen endlich wahrzumachen, flutet Syngenta Entwicklungs- und Schwellenländer mit hochgefährlichen Pestiziden und gefährdet dadurch die Gesundheit der Menschen und die Umwelt massiv. Wir haben unsere Petition Schluss mit hochgefährlichen Pestiziden Syngenta loszielt und fordern damit ein Ende der Ausnutzung von Doppelstandards. Was hier verboten ist und als gefährlich gilt, ist es auch anderswo. Syngenta stellt den Verkauf von hochgefährlichen Pestiziden endlich weltweit ein. Wir fordern die Sorgfaltspflicht im Sinne der Konzernverantwortungsinitiative. Es ist ein Skandal, dass Konzerne Milliardengewinne mit hochgefährlichen Chemikalien machen, auch wenn diese die Umwelt schädigen oder gar Menschenrechte verletzen. Syngenta muss für die Schäden, die sie mit ihren Produkten verursachen, endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Wir fordern die Schweizer Politik zum Handeln auf. Als Produktionsstandort und Sitzstaat eines der grössten Pestizidfirmen trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung. Sie muss den Export von Pestiziden, die hierzulande verboten sind, stoppen und sich für eine internationale Lösung einsetzen. Es ist höchste Zeit, hochgefährliche Pestizide weltweit vom Markt zu nehmen und ihre Produktion einzustellen. Wir gehen heute auf die Strasse, um uns für eine ökologische und für eine gerechte Landwirtschaft einzusetzen. Wir haben genug von den freiwilligen Versprechungen und den Nachhaltigkeitsberichten. Es braucht endlich verbindliche Regeln für die Agrarmultis. Deshalb Ja zur Konzernverantwortungsinitiative im nächsten Februar.